Liebe Kunden, mein Name ist Maria Golling. Wir sind hier bei N&K Bielefelder Wäsche in der Max Passage. Da wir ja heuer Weihnachten zu Hause verbringen müssen, möchte ich Ihnen eine kleine Auswahl aus unserem Sortiment vorstellen. Hier haben wir für Ihr Schlafzimmer kuschelige Flanellbettwäsche von der Firma Flores. Aktuell haben wir hier das Fischgräbmuster aufgezogen in verschiedenen Farben. Die Flanellbettwäsche gibt es auch im Paisley-Muster oder im Karo. Dann haben wir hier für Ihr Wohnzimmer kuschelige hochwertige Fellblades. Die werden in Handarbeit gefertigt von der Firma Deckenkunst in Affing. Dann haben wir hier Wolldecken aus reiner Wolle oder Alpaka-Decken. Und dazu gibt es passend die Kissen dazu. Wir haben auch Fließdecken in unserem Sortiment. Die gibt es in verschiedenen Farben mit 35% Baumwollanteil. Für Ihren Kaffeetisch an Weihnachten bieten wir Ihnen Tischdecken, Tischläufe und Mitteldecken an. Natürlich auch die passenden Servietten dazu. Wir wünschen Ihnen viel Gesundheit. Bleiben Sie gesund und freuen uns auf Ihren Besuch. Ihre Maria Gollin Und dann müssen wir das Schnellbein mit dem Treppenkopf gehen. Und dann können Sie alles gut gehen.